Deja vu am Hafen! Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Streckers! Wir sind zurück am Hafen. Ja, anscheinend wurde Ostfallbrück noch zuletzt hier gesehen. Alles klar. Den Typen brauchen wir, damit wir die Brücke runterlassen können. Also, schauen wir mal, dass wir ihn hier finden. Let's go, würde ich sagen. Warum haben wir keine Musik? Ist hier was falsch gelaufen? I think I have a bug. Ah, nee, doch nicht. Okay, alles gut. Alles gut. Alles klar. Da haben wir schon mal Hardcore verkackt, würde ich sagen. Äh, ich hab hier schon mal... Was denn? Ja, was ist da? Ach, da ist ja der Ostfallbrückner. Na, wunderbar. Ja, du hast ihn gefunden, nicht wir, aber das ist ja egal. Das ist ja egal. So. Oh Gott, oh Gott, aus dem Weg, bitte! Okay. Euch liefern wir alle mal kurz hier ab. Ach, ja, die sind so fett, dass wir beide brauchen. Alles klar. Ah, wobei, der ist nicht so fett. Den können wir auch alleine hier weg transportieren. Ähm, äh, please, rechter Typ, komm auch her. Ähm, God, please. Ähm. Nein? Oh, okay. Da erwischt uns das Ding ja gar nicht. Okay. Ähm, let's go, Dustin, aufs Förderband. Wow, wir wären fast erwischt worden. Okay. Auch den Typ hier unten können wir noch schnell aufs Förderband bringen, würde ich sagen. Über diese Brücken hier könnten wir auch mal laufen. Was, was gibt's denn hier Schönes? Äh! Okay, das gibt's hier Schönes. Alles klar, gut zu wissen. Äh, ich hoffe, ich brauche hier nur einen. Ja, das sieht ganz gut aus. Äh, wo kommen wir hier hin? Ach so, warte mal, mit dem schwimmen wir mal ganz kurz hier ans Ufer ran. Das dürfte dann eigentlich klappen, denke ich. Ja, sieht ganz gut aus. Hier ist auf jeden Fall Ostfallbrückner. Ach, guck einer an. Wie kommen wir denn da hin? Ah, ich seh's schon. Hier ist eine Treppe. Wunderbar. Das heißt, wir nehmen einmal den Ostfall und einmal den Schatz mit. Wunderbar. Ich will eigentlich nur nicht, äh, runterfallen. Also von dem her müssen wir hier vor allem aufpassen, wegen dem komischen Ding da. Ähm, das geht schief. Das geht nicht schief, alles klar. Äh, Alter, wenn ich das jetzt hier fehlerfrei schaffe, dann bin ich einfach der SOS in Person. Warte mal, ein bisschen zurück. Ja. Nein. Ähm. Typ. Typ. Das ist jetzt mal gehörig schief gegangen, würde ich behaupten. Ist jetzt wirklich... Oh ne, oh ne, oh ne, wir carryen das Ding einfach alleine, ist einfacher, würde ich sagen. Der andere steht einfach da drüben am Stege und chillt sein Leben und wir carryen hier die Schatztruhe chillig an den Strand zurück. Ja, das hat ja ganz gut geklappt, würde ich behaupten. Ähm. Ja, passt. Dann würde ich jetzt aber ganz gerne wieder die Trage haben und die Dinger da zurückbringen. Die Typen. Ach, guck mal einer an. Hier liegt ja auch noch jemand. Wurde der weg, äh, getragen von den... Äh, von diesen Boxen da? Ja, oder war der schon standardmäßig immer hier? Boah, kein Plan. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine fette Masse an Leuten. Und ich würde sagen, wir ziehen einmal die Trage aus und holen uns die ganzen Dudes hier rauf. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns nicht gleich diese Dings da erwischt. Ne, die, die Kiste hier. Das wäre nicht so geil. Warte. So, Typi. Komm ran. Und bitte erwisch uns nicht. Die hat mir gerade nicht wirklich den Schatz weggeschmissen, ne? Äh, das ist jetzt aber... Okay, dann scheiße ich jetzt da drauf. Dann scheiße ich da jetzt wirklich drauf. Yo, Alter. Als ob. Ich habe einfach gerade zwei Abzeichen gemacht. Äh. Aber dadurch, dass wir hier gerade ein bisschen sehr viele Dudes drauf haben, haben wir erstens mal ziemlich viele abgesahnt. Äh, ja, wir schauen mal, dass Ostfallbrückner behandelt. Aber was ich auch relativ interessant finde, ist, äh, dass wir, äh, äh, ja, gerade zwei Abzeichen bekommen haben. Naja, by not. Oh, guck mal, da ist so ein Ring. Diese Ringe müssen wir eh durchfliegen. Das ist auch für ein Achievement. Boah, yo, Alter. Geile Scheiße. Bäm. Und noch ein Reifen. Hahaha. Geil, Alter. Piu, hu, hu. Mit dem Turbo hier rein. Alles klärchen. Ja, dann holen wir uns doch mal hier den Ostfallbrückner zur Hilfe. Und, ja, schauen, dass der die geile Brücke da repariert, damit wir neue Aufgaben bekommen. Ja. Ja, Ostfallbrückner ist geil. Nun kann wieder die Brücken anheben und absinken. Anheben, absinken, anheben. Ach, okay, ich hör schon auf. Ich bin blöd. Ich weiß. Wunderbar. Die Mission haben wir erfolgreich gemeistert. 26.000 Punkte ist, äh, definitiv eine Leistung. Ich meine, wir können ja hier mal zack, ne? Das ist eine Leistung. Alles klar. Auch wieder eine schöne Auflistung. Ja. Da, da, damit kann ich leben. Wunderbar. Alles klar. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Schauen wir mal. Die Brücken werden jetzt auf jeden Fall runtergelassen. Moin Ostfallbrückner, was geht ab, Diggi? Das war's mit den Wöwen. Und jetzt werden die Brücken wieder runtergelassen. Hey, da ist ein Flugzeug. Geil, Alter. Da ist hier irgendwo ein Flughafen auf der zweiten Hälfte der Insel vielleicht. Das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein. Westbrücke Passierbar. Wunderbar. So. Nur die hier, oder was? Und die hier nicht? Na doch, wahrscheinlich beide. Wahrscheinlich beide. Äh, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir jetzt einfach zur Brücke fahren? Ah, wir haben neue Aufgaben. Okay. Bau Pfusch. Pfusch am Bau ist Standard. Oh, tada, Pakete. Geil, Alter. Gehen wir zu Amazon. Nee, als erstes gehen wir auf die Baustelle. Dann zu Amazon. Black Friday Deals aushandeln. Äh, reden Sie ruhig so viel, wie Sie wollen. Nee, hee, 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 hee. Fräulein, dis opponentose. Was? Sobald die Welt mit meinem Dusland übersehen ist, ist Schluss mit lustig. Ach, halt du doch einfach dein Maul. Was ist denn hier los? Okay. Nee. Huch. Hier sind tatsächlich warmer. Diese Steine kennen wir doch irgendwo her. Diese Steine können wir doch irgendwie, äh, sprengen, oder? Wenn man nicht alles täuscht. Da gab's doch was. Warte. Yay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja. Naja. Das können wir immerhin mitnehmen. Was ist denn das? Ihr habt jetzt? Das Thürer Sofa. Was für ein Ding? Äh, okay. Ihr habt einen Katalog gefunden. Ja. Mit jedem gefundenen Katalog werden euch neue Möbel ins Hauptquartier geliefert. Fragt nicht. Es ist so. Okay. Also, wir haben einen Thürer Sofa gefunden. Na, alles klar. Wunderbar. Ähm. Ja. Alles klar. Wunderbar. Äh, wir sind hier bei der Brücke angekommen. Und hier kommen wir jetzt auch chillig rüber. Danke dir, Ostfall. Drüben brauchen wir dann wahrscheinlich Westphalbrück, ne? Äh, wo ist denn unser Ziel? Da drüben. Alles klar. Ja, dann... Oh, Professor Doktor. Von jeder Erfindung habe ich zwei Exemplare gebaut. Eins für mich und eins für alle anderen. Ähm. Ja, also, ihr habt euch beide Entdussler verdient. Warte, was? Was soll das denn jetzt heißen? Hey, ho. Ich habe den anderen Entdussler auf der Nordinste platziert, damit die dortigen Dusslers so schnell wie möglich gehalten werden können. Ach so. Coole Sache. Yay. Oh, ne. Das funktioniert so nicht. Schade. Ähm. Ja, alles klar. Das heißt, wir haben hier jetzt auch eine Krankenstation, oder wie? Tatsache. Wir haben hier auch einen Entdussler. Wunderbar. Äh. Ja, Baupfusch. Ich fahre schon mal die halbe Baustelle kaputt, wenn das okay ist. Ähm. Ja. Baupfusch. Alles am Start. Frischer Wind kommt hier ins Spiel. Dadurch, dass wir jetzt auf einer neuen Insel sind. Schaut mal nach oben. Da ist jemand im Käfig im Kran. Ist das Ostfallbrückner? Nee. Das ist Westfallbrückner. Ostfallbrückner. Das ist sein Zwillingsprogramm. Hahaha. Es ist tatsächlich Westfallbrückner. Oh mein Gott. Das ist... Ach, das ist... Das Spiel ist einfach so bad. Auf eine gute Art und Weise. Ne. Nicht falsch verstehen. Auf eine gute Art und Weise bad. Ähm. Was machen denn diese ganzen Sachen? Ach, guck mal einer an. Was kann ich denn hier machen? Ich lasse mich hier mal kurz rüber transportieren. Äh. Einmal in diese Richtung. Ja. Weiter, weiter. Genau. Dann hier durchsneaken. Und hier oben haben wir doch bestimmt irgendjemanden, oder? Na, warte. Ich muss mal hier kurz weiterlaufen. Wie jetzt? Höh. What? Abkürzung gefunden? Was für eine Abkürzung? Ach, what weiß ich? Ähm. Brudi. Ich will ja nicht sagen. Aber du musst hier mal ganz dringend befreit werden. Äh. Kann ich das hier auch irgendwie aufmachen? Hä? Wie soll ich denn diese Wände zum Einstürzen bringen? Ich hab mir hier einfach so einen Random Block genommen. Und. Ja. Tatsache. Okay. Äh. Zerstörung mithilfe des Krans Zementblöcke. Blöcke, ja. Äh. Zementblöcke. Aber das heißt. Hier muss es noch mehrere Zementblöcke geben. Vor allem muss es hier noch mehr Leute geben. Äh. 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 Okay, so geht's auch. Ach. Wait a minute. Hier runter. Ja. Ach so. Okay. Und was können wir mit dem Kran machen? Wird er jetzt gedroppt? Ja. Ach, dafür war das gut. Okay. Er wird jetzt erstmal gedroppt. Alles klar. Äh. Ja, aber die Frage bleibt jetzt noch immer, wie ich da reinkomme. Wie ich diese Dinge da zerstören kann. Ich glaube, ich hab die Lösung. Ich glaube, ich hab die Lösung. Wir müssen uns hier drauf stellen. Mit einem. Und mit dem zweiten werden wir hier mal kurz. Zack. Genau so. Und diesen Kran können wir, wie es aussieht, auch controlen. Ja, Mann. So ist es. Und so werden wir höchstwahrscheinlich. Ja. So ist es. Ganz genau. Oh Gott. Ich hab mich selber getroffen. Das war nicht mein Ziel. Aber das ist ja egal. Das macht nichts. Alle Mauern hier einreißen, damit wir die Dusseler retten können. Ja. Gar kein Thema. Alles hier schön weg. Okay. Haben wir alles? Ich denke mal, wir haben alles. Ja. Jo, Digi. Kommen Sie mal raus aus der komischen Schubkarre hier. Warte. Ich grab mal deine Füße. Ich grab mal deine Füße, ja. So, warte. Wir müssen dich gleich haben. Oder auch nicht. Ich sollte vielleicht auch seine Arme grabben. Gott, das ist ja gar nicht so einfach. Ah, geht. Dann retten wir auch mal den guten Westfallbrückner. Na, komm her. Den fetten Sumo hier oben nehmen wir noch mit. Bam. Den Typen müssen wir noch hier rausholen aus dem Zementding. Und dann haben wir jetzt eigentlich alle Zementblöcke zerstört. Das dürfte uns ein Achievement geben. Hoppala. Da habe ich wieder mich selber erwischt. Äh. Wups. Alles klar. Das dürfte es aber jetzt auch gewesen sein. Wir halten das Ding mal ruhig. Passt. Und wenn wir das Ding ruhig halten, dann sollte es auch langsam wieder anfangen zu schwingen. Schauen wir mal, ob es so ist. Ja, sieht so aus. Ach, jetzt geht wieder langsam zur Ausgangsposition zurück. So, jetzt nehmen wir aber alle hier mit. So, zack, zack. Die vier. Hier ist die Nummer fünf unten unter Tresor. Äh, aber irgendwo fehlt mir noch ein Dusler. Ich hätte gedacht, ich habe alle sechs. Hä? Und wir verlieren den Zeitbonus leider. Wir laden einfach mal die fünf Stücke ein. Und jetzt schauen wir mal, wo der sechste Hingengeblieben ist. Ah, ich habe den noch nicht rübergecarried. Ich bin ja auch selten nämlich. Und der letzte Dusler. Und damit sollten wir... Hallo? Achso. Damit sollten wir unsere erste Mission auf der Nordhalbinsel abgeschlossen haben. Jetzt können die Bauarbeiter das Fundament für diese Gebäude fertigstellen. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht erleben sie es ja sogar noch, dass hier was gebaut wird im Laufe des Spiels. Äh, was zum Teufel. Okay. Dann erkunden wir mal die Gegend hier ein bisschen. Ähm, wo haben wir denn hier den Entduster stehen? Steht der hier mitten im Nirgendwo? Oder... Ah ne, tatsächlich gibt es ja auch ein Krankenhaus. Alles klar. Ja, gut ausgestattet, das kleine Ländchen hier. Zwei Krankenhäuser. Alles klar. Why not? Na dann, würde ich sagen, transformieren wir mal alle zurück. Der gute Westfallbrückner. Moin! Der dürfte uns dann jetzt auch die Westbrücke runterlassen. Ja, natürlich ist er der ganze Alte. Was erwartest du denn? Der Doktor Professor oder Professor Doktor. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, leistet doch gute Arbeit. Ja, der macht hier gute Maschinen. So ist das. So, allzu viele Punkte bekommen wir hier dieses Mal nicht. Da wir, ja, den Zeitbonus ja dieses Mal nicht haben. Es sind nur 15.190 geworden. Schade, aber naja. Was will man machen? Hm. Okay. Alles klar. Na dann. Äh, let the bridge down. Please. Thanks, man. Ich seh da Post. Sie haben Post. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Alles klar. Die Brücke wird damit auch runtergelassen. Und damit haben wir vollen Zugang zur Nordhalbinsel. Nice. Die Schranken öffnen sich. Die Ostbrücke ist passiert. Warte, was? Die Ostbrücke. Ah ja, lol. Alles klar. Ostbrücke Ost. Westphal. Ostphal für die Westbrücke. Alles klar. Ja, moin. Ja, moin. Alles klar. Nächste Folge. Kümmern wir uns dann um die Mission Stein auf Stein. Und Tadda-Pakete. Wir schauen mal, was dann nächste Woche von Black Friday so übergeblieben ist in der Amazon-Zentrale hier. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Oh, damn. Turn this out. ascend. beete. 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 Bis zum nächsten Mal.